. 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 spiel wie jede jetzt für kämpfen und platzieren und ich hoffe einfach dass wir nehmen drei punkte wird schwer aber ist alles möglich wenn wir spielen wir stehen gut defensiv und wir haben ein gutes spiel dass wir schießen bald wurde jetzt hat ein kumpel wieder ihren vertrag verlängert wie sieht es mit dir aus ja ich weiß nicht wir warten noch aber mein kumpel hat unterschrieben aber das wird wieder wenn ich bleibe hier dann wird es schwer für mich du willst aber gerade noch müssen spielen hier oder ich freue mich dass er bleibt und ist auch wichtig für unsere mannschaft und für fans und einfach für alle bis zum nächsten mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.